Und wir sind wieder zurück! Ja, wir haben gar nicht gecheatet. Doch, wir haben gecheatet. Wir haben keinen Bock, wieder zu suchen. Und jetzt können wir nochmal eine Aufnahmepause machen. Warum? Wie natürlich. Wieso? Warum? Kommt ihr hier durch? Hallo. Das ist das nächste Rätsel. Richtig. Aufnahmepause. Guck mal, ob ich in die Spender reinzulegen... Da sind zwölf Pilze drin. Ich glaube, den Block habe ich falsch gesetzt. Was hat es mit den Dispensers zu tun? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall schießt der... ...Pilze raus. Ja, hier oben ist noch ein Dispenser. Komm ich aber nicht hin. Da ist aber nichts drin. Ja, ich weiß. Da sind bloß Pilze drin. Oh, nee, du hattest doch vorhin von Dispensern aufgenommen. Was war drin? Samen und Pilze. Sonst nix? Nur sonst nix. Und was heißt das jetzt? Keine Ahnung. Das heißt Aufnahmepause. Ja, das ist falsch gesagt. Nein, Steven ist nicht im Cray-Tesno. Ist nur... Ja, keine Ahnung. Oh, ich bin auf dem Cray-Tesno. Ja, ich bin auf dem Cray-Tesno. Nein, ich habe mir keinen Schalter gescheitert. Was nicht geht. Ich schaffe es, 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 ich schaffe es. Ich weiß, was es ist. Was? Ich denke mal... Ja. Kann ich mal kurz den Schalter? Ich schaffe es immer. Danke. Loll, was du hier hast gemacht. Danke, Toni. Dass du reinlaust. Ich schaffe es immer noch. Hä? Ja, der oben war gerade closed down. Mach mal nochmal. Ja, jetzt ist er closed down. Jetzt wieder nicht. Hä? Jetzt ist er closed down. Für was ist er closed down? Keine Ahnung, ich will die Tür aufmachen. Mein Gott, was fällt auf. So. Nein, wir haben nicht gecheatet. Ich habe keine Ahnung, wie es da normal weitergehen soll. No! Tschüss, Toni. Hallo. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Okay, das war eine Falle. Ja. Okay, ich bleib zu... Oh, doch nicht. Okay, ich bleib. Wolltest du lieber unten bleiben, Toni? Nö, nö. Ich bin nur da. Wo gehen wir jetzt hin? Ah ja, keine Ahnung. Durch die verschlossene Tür. Oh ja. Also, sorry fürs Cheaten, aber keine Ahnung. Schon da vorne ist irgendwie was schiefgelaufen. Vielleicht haben wir auch falsch gespielt, aber... Naja. Wir brauchen wieder den... Dude! Ich glaube, wir brauchen einen Hebel. Öffne. Öffne. Okay, da geht's nicht weiter. Gut. Gut, das ist mal toll. Okay. Okay. Ich hasse jetzt meine Schüffel. Nein. Aha. Ähm. Hilfe. mein Gott, oh, 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 ich sterb in der Luft Ach, verdammt, das ist mein Name, creator Steve, muss das jetzt nötig sein Was? Trinkt absolut gar nichts Steve, faute mich Moment Ah, okay, jetzt Warte, jetzt brauchst du Ah, okay, ich hab keine Ahnung, was wir hier machen Ich hab mich trotzdem mal brauchen Ah, okay, ich hab keine Ahnung Ah, so wird Okay, hier oben ist ein Loch, wieso ist hier oben ein Loch? Wo ist denn ein Loch? Keine Ahnung, ich hab's nicht rein gemacht Cheater Ich sagte, ich hab's nicht rein gemacht, was sagt der Cheater? Du bist aber gerade rausgeflogen Ja Moment Ich hatte doch so'n Wassereimer, ne? Kann das Sinn? Ich lobe So, wahrscheinlich Oh Nein, tschüssi Aha Ähm, okay Wo war jetzt, wo war jetzt das Redstone? Äh Aha Warte mich mal bitte Ich hab' keine Ahnung mehr, wo das Redstone war Warte mich mal bitte Warte mich mal bitte Warte mich mal bitte Jetzt relax doch mal Ich bin aber auf einer Schuhe Ich bin aber auf einer Schuhe Ich bin auf einer Schuheninsel Weißt du was ich denke? Nein Dass irgendwo Hier mit dich irgendwo ein Loch reingeht Dass man rüberkommt Oder so Bam Ich hatte nicht ganz unrecht damit Ähm Jetzt komm Äh, kannst du mich immer noch porten? Achso, ja Das ist nämlich ne gute Lavendetreppe hier Ich bin ja noch im Zwingst drin Achso Äh, ja Jungs Wir sollen hier alles so reinmachen So So Tony rennt einfach weiter Tony, hattest du irgendwas im Inventar? Nö, naja Nur einen Bogen und Pfeiler Ich nehm mir schon mal 16 Ja Was ich hässlich finde Dass ich immer schreiben muss Dass ich den Gamut ändern muss Du musst ja einfach Ding runterladen Hä? Too many Items Hat die jetzt wieder Enderpern? Ja, ich hab 16 Stück Äh, ich hab's runtergeladen Aber es will ja nicht über den Server Dommo, hast du auch? Hä? Hast du auch die Enderpern? Nein Hä, wie kommt die da runter? So, wir kommen wieder raus Neuuuun Hmm Hmm Tony Ist Tom Wir alle trauern um Tony Er war ein gutes Okay, ich flieg kurz rüber und porto Wir sparen euch Laufweg Ist auch gar nicht so, dass wir den Teil gecheatet haben Kann ich Nummer 16 Enderpern? Okay Natürlich braucht Tony wieder extra Wünsche Hier, habt nen Schalter Hoi Spring dem Schalter hinterher Spring dem Schalter hinterher Mach mal nochmal Mach mal nochmal mit Ich will so nen Schalter, verdammt Mach mal Schalter Wartet mal Tony Tony Tony, nimm! Oh mein Gott, schnell! Dom hat sie aufgenommen Hach? 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 Wir können so, woher hochschmeißen Alles? NÓ Du musst NÄ Ne Ja Das war noch Fail Warum kann ich den nicht werfen? ÄH, ich bin drüben Ich kann den nicht werfen, bitte fragt Ja weil du in Creative Mode bist Ach so Das sind sowieso, warum ich immer meinen Mode geändert habe Ich nehme meine Perln mit. Warte mal, lasst mal alle hier pennen. Was mit mir? Ach warte, ich kann mal cheaten. Also nicht so cheaten, sondern halt kluges Cheaten. Ihr wisst, was da links ist. Kann ich auch eine Enderperlen? Kann ich auch ein paar Enderperlen? Ich will jetzt drüber bis vor's Nacht wird. Ja, wir wollten noch pennen, Dommel. Aber pennen ist für einen Loser. Trotzdem. Na gut. Ich bin drauf. Komm mein Skill, verlass mich nicht. Hat dich verlassen? Ich hab gesagt das pennen, aber nein. Das war nichts mit wegen pennen, das war ganz was an... Warte mal. Nein. Hey, leg mich da. T действiesie t・・ Ich treffe nicht. Hä? Ich treffe nicht. Hilfe. Scheiße jetzt hab' ich kein Enderperlen mehr. Immer um ein paar her. Hallo Dolle! Hi! Der schmeißt in dem Zeitpunkt durch her. Aua! Was geht Toni? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss jetzt leider cheaten. Warum wollt ihr da hoch? So, ich bin auf dem Tower. Scheiß die Wand dann. Nein! Scheiß mal ein Sack in einem runden Zimmer. Hopp! Ach so, wir hätten da hingehen müssen. Na ja, was ist passiert? Was denn? Ach, kommt einfach zu mir. Ich schmeiß jetzt ganz random eine zum Turm. Oder so. Hallo! Ja, portet mich, wenn ich fliege. So, wir müssen runter. Domme, magst du runter springen? Was? Magst du vielleicht runter springen? Hallo! Hey! Ja, ich habe auch Gratis Mode. Okay, wir müssen alle Gegenstände, die wir haben, in diese Box tun. Och man, ich wollte gerade sagen, wir können uns da rüber... Was für Gegenstände? Ne, wirklich, alle raus. Habt ihr? Habt ihr? Ja, ich bin doch drauf gegangen. Ach so, ja. WTF! Hallo! Let's go! Da bin ich nicht drin, oder? Auf in den N-N-Nego! Ach, nein. Oh mein Gott! This is not my real home, das... Exiled! Cool. Hey cool, da komm ich hin! Nein! doch mal abbauen wenn man noch mal das kann was freigewornt ich gehe links ok links ist nichts mir sieht so aus als hätte Steven Noclip auch so schnell wird am liebsten am liebsten es ist schon wieder so ein crazy Labyrinth war Labyrinth mit Hebel ach du musst den anderen Hebel jetzt einmachen dann geht der Weg auf ja ja ich habe Redstone ja du musst den Redstone da hinlegen ja komm hop Steven da wo ich bin wo bist du wo bist du wir haben ein Gott dumme wir haben ein Gott dumme du musst den Redstone da hinlegen ich habe den Hebel angemacht dass du das Redstone hier rein machen kannst das Ding runterkriegen wo muss ich hin wo muss ich hin rede ich um da hä ja ich sehe Domme schon wieder nicht ach da ist Domme hallo Domme hallo hallo ah ja wir brauchen noch zwei weitere Redstone Skies ok ja suche den Redstone Toni ist auch cool der rennt mir einfach nur hinterher hallo wahrscheinlich jetzt hier irgendwo ja klar da gibt es auch noch wo hallo na what ach Schambein Schambeinlagen cool hol wo bist du hin doch mal hm da woher auch rein und dann hopp 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 ich will Domme springen sehen ich bin schon drüben ach schade ich habe gedacht er stirbt was ach da war der Schalter und ich hab's Redstone gefunden dum 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 oh oh was machst du mit Noclip machen das ist ganz einfach was machst du mit Noclip naja durch die Wände ähm ne äh 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 musst du nicht bei Wolfenstein ha wenn jemand Return to Castle Wolfenstein kennen bestimmt bestimmt oh mein Gott wie ist das ach so da war mein Lektor cool er hat den Hebel wieder ausgemacht ich nicht ah ich ja Tony wieder ein mal mit Profis schlimm 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 echt echt hm so also einen Redstone hätte ich noch so jetzt brauchen wir bloß noch einen okay ich hab keine Ahnung wo ich bin ach ich hab keine Ahnung wo ich bin ach schluss Redstone schon? nein da hinten hab ich mich irgendwie ist nichts mehr ah für irgendeine Druckplatte wurde aktiviert ach nein oder ach nein oder oh wow ich weiß nicht nein holisch scheiße wie komme ich jetzt wieder zu euch ach leckte ich bin fuck you wo ich bin tot okay erst mal nach Redstone zu suchen so ähm erst mal wieder Game Mode ach scheiße warum seid ihr gerade gestorben? ich hab den Weg gefunden wo man weiter muss oder war das da? ja entweder der oder der äh da war noch einer dumme den bin ich gegangen ha den bin ich gegangen ich bin den anderen Weg gegangen welchen da war noch einer der mit Lava ist aber nicht gegangen doch ich bin du bist auf die Treppe hoch gegangen ja ja und da ging es noch mal geradeaus weiter und da war auch Lava wo seid ihr? auf jeden Fall hab ich mir jetzt ein Bett hier hinten hingestellt vor dem Eingang ich hoffe das reicht zum speichern dass man nicht ganz schlafen muss dummes willst du auch hinlegen? hey wo seid ihr denn? ist im Hitlervergarten drin nein schweiß so ach man musste jumpen haben wir überhaupt schlafen? jaja ja ja kannst weiter dumme ich glaube das müsste reichen zum speichern echt? ja vorhin hab ich auch nicht geschlafen sondern nur im Bett gelegen und hat gespeichert ja du bist du bist hoch gegangen und ich bin hier weiter gegangen ja ja nice ja nice ja du solltest vielleicht mal durchs Portal gehen ich bin in einer anderen Dimension wie du ha ich hab Threadstone gefunden ich fahr aber die ganze Zeit ins Nichts und warum fällst du uns nicht? weil ich mich zu dir geportet hab ja sag ich doch awesome na jetzt hat's recht nicht gemacht na von mir aus können es weitergehen ok ich komme du 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 ich hab Threadstone wie kann ich zu euch kommen? ja du musst wieder durch das Portal rein boah kann ich ja nur mal durch den Turm durch richtig ähm woooooo ich hab drei Leitern gefunden cool fürs Exit ja wuuu bin ich gut hallo hi sissa juhu also wo seid ihr? da ja die Treppen hoch ja die Treppen hoch oh Gott der verarscht uns oh komm ihr Vieren und da jetzt kein Wasser ist ich hab's überlegt Jesus sind wir jetzt bei in der Hölle oder? now you have banished the darkness you have saved yourself and you all now it's time to wake up we'll fly in the Luft wenn wir den Hebel drücken aber ich glaube so warum ist das Ende? ne da 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 geht weiter äh ich weiß so viel war ich habe mich nicht ja so viel war ich habe mich nicht unglaublich unglaublich ich bin 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 ja naja ja aber man muss weiter ich guck mal woanders ah dann mach nochmal auf komm ich vor gehts da haben wir kannst du mal kurz mal nachmachen warte mal drück mal auf dringend drauf ich bin auf was aber auch das Ding drauf ja jetzt gehen wir mal runter ich bin ich hab's klar wenn es ich bin tot hm ich bin you are as released as i am so ein rätsel also es war so ein cheater rätsel so ein bisschen nein verdammt wtf naaa ich hab's falsch rum tut 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 naja nochmal zu durch die coole gate was mich nicht mal fast getötet hätte ähm ja oh mein Gott da ist Narva äh kommt hier nochmal zu dieser dummen Tür zu welcher Tür? dummen Tür äh dummen Tür hallo na was geht kennst du es nein nein also ich hab keine Ahnung ich glaub aber nicht dass es der richtige Weg ist NEIN geh doch du bist doch so doof ey unhitz ich? ja wieso ich wollte mit rein hohoh steve wo bist du? ich geh doch vorkommen hol mich raus hol mich äh was bellt das so komischer Grund oh diesmal sitzen nicht meine hunde ja ja das ist der kleine ratter von Thonis Ja. Haha, der Mann könnte Ratten bellen. Kannst bitte nur mal raufgehen? Nein, geht gerade ganz schlecht. Weil ich finde gerade den richtigen Weg. Guck mal hoch, Dommel! 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 Guck mal hoch, Dommel! Oh mein Gott, da oben! Oben, hier oben! Hallo! 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 Geklettert! Geht das? Jo. Da links. Nein. Ich bin in einem Raum und hab was gefunden. Hab zwei Lever gefunden. Oh, Drecksmucken! Ey, das geht jetzt ohne Witz. Wie soll man da durchkommen? Also ich bin vorn durch die Mitte durchgekommen. Äh, wie zur Hölle sieht denn Endstone aus? Hach! Dommel. Hm? Wie sieht ein Endstone aus? Hast du den Hebel gedrückt da oben? Jaja, den hab ich gedrückt, nicht mehr drücken. Äh, Endstone war doch dieses komische, ne? Wieso geht der eine Stein da nicht weg? Wann machen wir jetzt? Ach, dieses, das ist ganz helles Stein. Nein, wir müssen ein helles Stein finden. Nein! Alter! Weißt du, wenn du siehst, ich bin drin, dann geh nicht weg. Ich geh nicht weg, du bist raufgegangen und dann war was weg. Jedes Mal, wenn ich draufstecke, gehst du weg, ne? Ist so. Oh, warte, ja, nächstes Mal bleib ich stehen. Ich hab nen Videobeweis. Tja, scheiße, ne? Gut, dass man Let's Player ist. Okay, warte, ich bleib hier stehen. Ist hier oben ein Stone? Bleib einfach auf dem Scheiß-Dinger stehen. Genau hier auf der Druckplatte. Ja, siehste! Ich bleib stehen, ich bleib stehen, ich bleib stehen, ich bleib stehen. Toni, bewege sich! Muss man sich da durchbacken? Nee, das kann nicht sein. Normalerweise spielst du die Map ja alleine. Steven, weißt du, was ich komisch finde? Ja. Wann bin ich durch... Wann bin ich durchgekommen? Wann bin ich durchgekommen? Warum kommt es mich da drauf wieder zurück? Ja, aber es war ja eh falsch, Domme. Also... Du hast dich ja nur reingebuckt. Wann? Aber dafür war ich drüben. Ja, und was war da drüben? Äh, im Server stand, äh, also in der Linksbeschreibung stand ja nicht dran, Bugdiesen, ne? Ernsthaft? Nein. Und das Schöne ist... Meine Zuschauer haben die andere Seite gesehen, die dunkle Seite, und die haben Kekse. Kekse sind cool. Ja. Ich hab's irgendwie. Also du musst, das ist Frage der Zeit... Domme? Äh, Domme. Du musst, du musst in der Zeit, wo du rüber gehst, musst du rüberspringen. Tony cheatet. Gar nicht. Natürlich, du hast den falschen Game-Mod an. Hast du den Weg hier unten eigentlich auch freigecheatet? Wie? Ne. Sondern? Na, welchen Weg? Den hier? Da, wo du die zwei Leather gefunden hast. Zwei Leather? Leather. Leaver. Whatever. Jetzt komm mal her. Ne, ach so, ne, äh... Steven. Äh, die hab ich nicht gecheatet, das war in dem Chest dran. Nein! Der Weg da rein! Ach so, ne, der war offen. Okay. Ich komm jetzt bloß hier nicht mehr raus. Klar, ich war da jetzt bei Skype angeschaut. Place D's on endstone only endflip. Warst du da schon drin, oder wie? Ja. Ach, das war auch der... Dings, oder? Ja. Nice. Also, ich kenn meinen Arsch trifft, wenn du jetzt da drückst, musst du schnell durchrennen. Ja, ich hab gerade probiert mit schnell durchrennen, hat nicht geklappt. Ja, nochmal nice. Nein! Toni, plus. Haha, plus. Haha, plus. Was bedeutet das plus? Also, es waren zwei Leather drin, ne? Ja. Ja, oder Lever, oder wie ihr es nennen wollt. Das ist mir egal. Let's go! Viva la noche! Viva la noche! Au! Ist klar! Das war schon... Oh, Alter, ich hasse es, wenn du so bugt. Ja. Ist doch für ein Arsch. Ich bin gerade nochmal rausgefallen. Echt? Ja, zweimal hinterher. Ich kann nicht läden! Jetzt raus. Ich wurde zweimal angeschrieben. Was? Ich werde bei Skype angeschrieben. Und wer schreibt da? Wer wohl. Pascal? Richtig. Hier? Instant. Richtig. Warte, ich bleib stehen, ich bleib stehen. Keine Angst, ich bleib stehen. Jetzt, wenn ich sag, gehst du runter. Ja. Drei. Zwei. Eins. Jetzt! Nein! Nein! Weil Steam auch drinnen stimmt. Das musst du alleine machen. Ja, nee. Toni darf dir gar nicht helfen. Weil normalerweise spielst du die Map ja alleine, nicht im Multiplayer, weißt du? Aber guck mal, wir sind schlau. Wir cheaten nicht. Nein, da hinten brennt was. Neu, 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 da hinten brennt was. Bist du auf der anderen Seite. Ich nö. Der war cool, ne? Geh mal weg da. Hey, ich war im Wasser und stirb durch Lava. Geil. Steven. Lol. Verdammt. Das muss ich dir nachher an der Aufnahme zeigen. Du bist durch Lava und bist tot. Mach mal weg. Okay. Ja, nice. Okay, ich... Probier's mal Toni. Du musst springen. Die ganze Zeit springen und weh drücken. Ja. Was, weh? Ja, weh und springen. Also sprinten und springen oder wie? Ja. Wann kommst du durch? Ich komm ja durch. Ich hab's genau gemacht wie du's gesagt hast. Ja, das ist so ein bisschen buggy. Ich würd mich jetzt übrigens nicht zu mir porten. Also so? Also so. Ist das so? Ich mach's mal.